Zu wenig Platz in den Zellen Wie in der Legebatterie, bei vielen Nordrhein-Westfalen-Gefängnisse wegen Sanierungsproblemen ihre Insassen in zu kleinen Zellen unterbringen, müssen sie jetzt zahlen. Die Häftlinge hatten geklagt, und bekamen Recht. Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr einem Zeitungsbericht zufolge rund 31 000 Euro an Häftlinge gezahlt, die wegen menschenunwürdige Bedingungen bei ihrer Unterbringung auf Schadenersatz geklagt hatten. Das schreibt die Rheinische Post unter Berufung auf das Justizministerium. Demnach werden derzeit wegen eines umfassenden Sanierungsstaus in den Gefängnissen des Landes viele Häftlinge in sogenannten Notgemeinschaften untergebracht. Dort stünden ihnen oft weniger als die gesetzlich vorgeschriebenen 5 Quadratmeter pro Person zur Verfügung. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Aktuelle Leserdiskussionen und Kommentare finden Sie auf unserer Übersichtsseite.